Hallo. Na ihr Lieben? Oh, da oben kommt ein Geist. Seid gegrüßt in Löl. Löl. What? Also jetzt muss ich erstmal gucken, wen haben wir denn hier als Jungle überhaupt bei den Wollibear? Eieieiei, bin ich aber im Arsch. Ja, als im Arsch. Anfangs ja. Wenn der jetzt rüberkommt, Counter ganken, dann... Ah, hier war nur irgendein Doppel-Heat. Heat. Ich depp. Und komm. Zack. Zack. Blöberf, ich komm. Bist du weggegangen, oder? Ja, ich bin geblieben. Ach, ja gut, jetzt ist er voraus. Egal, nachher kann ich ihn rapen. Wenn er nicht groß Tanki holt, dann ist er am Arsch. Na gut, ich weiß wahrscheinlich, was er holt. Er holt gefräßige Hydra und dann... Deinem, oder? Mhm. Ja. Ja, der Caster ist heute sensationell. Alter, Kasadin gegen Serath so am Arsch, what the fuck, auf dem Leise? Denner hat ja fast nix an. Der hat nix an. Denner! Ja. Hallo, guck nur auf Brüste. Nicht nur. Der Skin ist ja mega geil. Ja, push du. Jenner hat n Kill gekriegt. Jenner ist gestorben. Er spielt gegen den geilen Nick. Oh, lol. Oh, so wacker. Alter. Ihr spielt übrigens gegen drei Gold. Wat? Wollte ich mal anmerken. Wollte ich mal anmerken. Mich verarschen, wer ist denn Gold? Specialista, Xerath, Lisin. Volibear und Soraka unwanked. Oh, 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 oh. Ja, ich muss da nicht hingehen. Jetzt einfach vorsichtig in der Mitte. Den haben wir als höchsten. Weiß ich nicht. Ich bin nicht mehr im Laden. So. Wer wurde getötet? Kasadin? Warum spielst du eigentlich mal hier? Weil er mir einfach gerade... Ich muss entspannen. Ich muss... Ich muss einfach in der Palme wedeln. Das ist das jeder Geilste. Ich zeige dir den Weg. Und es ist entspannend. Einfach. Teilweise. Muss ich einfach so sagen. Das ist... Es gibt schlimmere Champs. Ich hatte Bock auf Volibear. Aber... Ich glaube, in der Team-Kombo könnte man eine Chance haben. Kasadin rein und raus und ein bisschen Tinky mit mir leben. Gnar-Tank. Und Jenna, Caitlyn... Klingt gut. Vor allem, ich kann die alle rippen. Maximal Volibear. Ja. Ich habe aber von auch fast alles in die Match-Zen vor... Bei Jenna pass die A-Schritte zu sehen. Habe ich auch... Was, Alter? Jetzt muss ich runter gucken. Warte mal. Wow, what the fuck. Alter, Fanservice. Bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen. Achja, die hat fast nichts an. Das ist übelste Fanservice hier für euch, ne? Lern das zu schätzen. Nice. Was seht ihr sonst nur auf Twitch bei den ganzen LoL-Squeameran? Wunden die nicht alle gebannt? Ach, die Hälfte, die läuft immer noch. Weißt du, die Titten einfach nur so eng geschnallt, bis sonst würden. Oder welche, die sagen, nein, nein, Titten sind mir völlig egal. Aber die Jungs übelst mit Minecraft und LoL anlocken. Das finde ich auch so geil. Es gibt nichts anderes. Minecraft und LoL. Und dann Jungs... Nein, nein, nein. So total... Oh nein, ich möchte gar nicht Wert drauflegen. Nein, nein. Mir kommt es noch aufs Spielen an. Oh, ach du auch. Das ist ja der Zontycher voll. What the fuck? Geh jetzt auch weg, Ardo. Wut, du bist tot. Ja. Da bin ich einmal nicht auf dem Top-Lehnen. Gassadin. 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 Ah, der ist weg. Scheiße. Was, einen passiven hat er auch noch. Mist. Scheiße. Wollen die reingehen? Weiß ich, und die Minions verteidigen, aber... Ah, ich brauche Level 6, ey. Die haben schon wieder 5 Kills. Und... Naja. Wie im Laid. Oh, das reicht nicht um ein Minion wetten. Das reicht nicht. Ich glaube es nicht. Ist das hier geworden? Alles klar, Soraka, wenn dann... Ah, hat die Ulti? Caitlyn? Nein, noch nicht. Ich brauche EP. Gib mir EP für den Minion. Gib mir einen EP. Gib mir einen. Danke. Ich zeige dir den Fisch. Denn die Bottling geht weg. Alter. Siehst gleich den Nissen, oh man. Wieso? Der hat zu viel Lack gehabt. Genau, wenn ich meine W macht, kickt er mich weg mit seiner Ulti. So, Red Buff. Äh... Scheidengleicher. Gehe ich auf Full Devora? 600 Gold noch knapp. Ja, ja, ja. Gehen wir hin. Achtung. Bild oben? Ja. So. Ich brauche 90 Mana, kriege ich, wenn ich draufhau. Lol. Shit. Ich bin um. Ich kann absolut nichts machen. Sag mal, das ist doch Cassadin. Der ist schon dreimal gestorben. Ihre Bottling zackt rein. Ja, das war vor drei Minuten. Aber die nackte, so... nackte Jenna, ähm... war das aus. What the fuck? What the fuck? Renn! Und? Ihr habt ihr, er frisst mich. Ich krieg einen Cock im Arsch, Alter. Naja, Cassadin stirbt aber nur, weil Volibear ständig in der Mitte ist. Ja, Lee Sin wär auch noch da. Oh, genau da kommt der Volibear. Jetzt holt er natürlich Bluebar von alles, was da oben steht. Cassadin, bitte geh hin, bitte... Ja. Bottling? Wieso ist Bottling allein? Ich... 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 kann sie auf der Bottling. Ich brauche... Weil Soraka, die geht warden. Ward. Ich brauche nicht reingehen. Gewordet ist. Den Herold haben sie sich auch noch geholt. Nice. Ja. Nice. Jetzt bin ich gefickt. Na, vielleicht hat ihn aber auch... Ne, hat er... Ne, nicht Sinn hat's. So, die Rower Inc. Ah, hier ist gewardert. Ich brauche noch nicht reingehen. Jetzt habe ich wenigstens ein Stud-Item. Und... Ich kann versuchen zu farmen. Jetzt kann endlich mal ganken kommen, weil es einen Sinn hat. So, da ist ein Pink Ward. Der zerstört nicht. Der Xerat ist so dumm und zerstört nicht. Jetzt geht er. Wollibear. Wollibear? Wollibear würde wahrscheinlich top kommen, das heißt... Ich gucke, ob mein Jungle noch da ist und komme dann zu dir. Aber ich... Ahne... Was mein Jungle sowieso schon weg ist. Ja, hier bin ich gemacht. Ne. Da ist die Kröte, alles klar. Boah, die sind ja fast genoodelt, Chris. Ja. Boah, ich habe mein Crew nicht ready. Aber hast du gesehen, dass... Ich habe mein Crew nicht ready? Ich kann nicht kommen, ich wurde. Meine Wehe noch gedodged hat, ja. Ja, habe ich gesehen. Na, guck mal an. Ärgerlich. Ich habe keinen Crew ready. Ich wäre reingekommen, so ein Shit. Ah, du bist zu low. Das hat keinen Sinn. Du musst erst einmal back. Mann, das ist kacke. Khazadin ist nur behind. Guck dem die ganze Zeit zu. Ich muss sagen, der kann da nichts für. Er steht höchstens ein bisschen zu weit vorne. Khazadin kommt... Hier, Volibear ist hier bei dir. Vorsichtig. Möchte wahrscheinlich einmal... einmal hamburgern. Ja, da. Der steht wieder nur, weil schon wieder Volibear da ist. Ich gehe kurz weg. Machst du Teleport? Ja. Komm, komm. Ich weiß nicht, der Volibear ist noch da. Das riech ich. Nice. Weg damit. Danke. Knapp, aber... Ich bin ja noch über dein Schädel gehopst. Geil, oder? So weich. Oh, lol. Ja. Naja. Naja, immerhin. Oh nein, 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 nein. Sehr schön. Nein, 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 nein. Dodge, dodge. Weich aus, wenn wir jetzt nicht ausweich... Ach. Geh da doch nicht, Beck? Du, das ist viel zu dicht. David sorgt sich um ihn? Ja, natürlich. Sie hat Mitte, der muss einmal den Turm fallen lassen und rumgehen. Scheiß am Arsch, echt. Das ist... So, Botlin, was haben sie geschrieben? ADC, no flash, alles klar. Die Zoraker wurde zu gut. Die sind aber auch überall Pinkwards, ne? Ja. Ich weiß, dass sie da einen Busch haben, Richtung... In der Mitte, den oberen Busch. Genau. Und bei Chris oben steht bei mir noch einer. Ja, da, wo die sind, im Busch war, ne? Den hab ich. Ja, da, wo du gesagt hast, hätte ich jetzt nur noch einen Coup ready. Ja, da wollte ich ja schon rüberspielen. Aber ich hab dann erst gesehen, wie wenig Leben du noch hast. Aber du warst ja kurz davor, fette Gnabber zu werden, ja. Ja, ich muss einfach mal... Ich muss mich mal wieder konzentrieren, wie die wir labern. Ich mach mal Headset richtig auf. Oh, hier, Red Buff up. Gut, Leute. Oh, was wird das Problem? Ich muss mich mal sehen. Das... Komm her, du. Penis! Geht doch. Weg. Wenn jetzt hier Wohlibeer ist. Bin ich so am Arsch. Oh, ich hab gleich nochmal... Ah, den Pink One. Gerade rüber und rüber. Und ich mach ihn hier weg. Ich hab nicht gesehen. Ich hab nicht mehr gedacht. Blubuff? Achtung. Fehlt. Ja. Ah. Ich ahne auch schon was Böses, wollte ich gerade sagen. Ah, lalalalalala. 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 Ich geh mal back. Oh, lol. Fick ihn. Fick ihn. Wird groß. Geil. Wird geil. Wird geil. Wird geil. Wird geil. Nein, nein, nein. Der groß. GG. Alter. GG. Da kickt er mich noch weg. Oh, Wohlibeer da unten. Was macht die? Wieso steht die Jenna rum? Was ist das denn? Hat die ein Disconnect? Wat war dat denn? Das war die Polen-Taktik. Jetzt wollen die Drake. Ja, alles klar. Oh, Kasadin. Oh, Kasadin. Kasadin, geh doch hemmen. Kasadin. Er hat sich entgegutet. What the fuck? Da brauche ich ihn reingehen. So hemmen sollst du jetzt auch wieder nicht gehen. Hat keinen Sinn. Nicht Wohlibeer. Aber warum stand die Jenna da? Sega hat das tot. Man könnte kurz pfuschen. Erstmal ein Pink Ward weg hier. Ich muss topknen. Ja, Hurricane und der war scheinbar. Da wird zwar kein Ulti, aber... Ich muss dein Pink Ward da oben erstmal wegmachen. Achtung. Lol. Nimm ihn! Ich nehm ihn gerne. Der hat ja mir die Kröte genommen. Oh, ich hab ja mir den Stack gekriegt, glaub ich. So, und Pink Ward weg. So, es läuft alles grad zum Guten. Ähm, den Herold vielleicht? Ne, ist gewartet. Das... Das... Ich hab kein... Ich hab nix. Das ist... Also, das heißt, es ist gewartet, aber der Ding ist davor. Wenn Wohlibeer ankommt... Ja, siehst du, da oben ist er nämlich schon. Ich bin da. Hinten. Hol ihn dir, hol ihn dir. Ja, geh, lock ihn, lock ihn. Lass dich werfen. Ja, 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 nice. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Shit. Nice. Genau so, genau so, Alter. Ich push noch. Ich push noch. Ich bleib nur top, ich bleib nur top. Ich geh nicht weg. Ux, 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 Hart. Komm. Was machst du denn? Ach, oh, lol. Hier sind ja ein paar mehr. Tschüss. Ich nehm mal einen Trank. Safe is safe. Safe was safe? Oh, 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 oh. Ich brauch 200 Gold. Ich könnte da oben jetzt im Busch bleiben, ne? Der sieht mich nicht. Oh, Kalista, was war das? Ah, er weiß, dass ich da bin, ne? Naja, die Minutes haben mich gesehen. Noch knapp, glaub ich, im Radius. Äh. Wo ist Kasadin? Schon wieder tot? Fünfmal verreckt. Wird hoch. Aber drei Kills hat er auch. Er könnte jetzt... Der Kommentator. Was ist da los? Er ist afkar, er hat sich tranket. Er war ein bisschen kack, der Kommentator wieder. Kasadin sollte Gott lehnen. Das ist nicht wahr. Erzähl mal aus deiner Sicht, was ist da los? Was ist los mit Kasadin? Ich gucke schon gar nicht mehr zu. Er holt schon Kills. Und er springt in ihn rein. Und kriegt ihn tatsächlich noch. Mindgames. Mindgames as fucking hell. Ich hab 18 Stacks. Das ist so langweilig. Es wird gerade tatsächlich noch warm ums Herz. Nichts. Scheiß. Recht nicht. Achtung. Die Sin fällt. Mach doch mal Damage. Was ist denn mit dem Kassadin? Oh, Alter. Ja, ich denke immer noch im Platin-Bereich. Der wäre definitiv gekommen und nicht weg und hätte auch noch Attack. Aber nein. Der portet sich weg, während wir kämpfen. Das liebe ich. Ah, Penis. Penisvaginal. Bleib doch unter dem Turm. Bleib doch unter dem Turm. So, Damage. Klinge. Klinge und Lebensregeneration. Oh, ich hätte mal warten sollen. Dann wäre ich jetzt nämlich durchgerannt. So wie Jenna. Kein Flash. Wollibear ist weg. Die Warden da oben. I'm so bad. Was? Die ist doch nicht schlecht. Ist doch alles okay. Oh, lol. Komme ich nicht mehr mit. Wo hat der denn hingeschossen? So. Ah. Ich wittere Landluft. Und so schlecht crazy. Achso, Entschuldigung. Ich habe mich völlig vergessen. Crazy Curl. Ich bin dabei. Nicht im TS. Aber, ganz ehrlich. So schlecht bist du nun auch nicht. Ich würde sagen, der Kassadin holt auf. Manche Games sind noch so ein bisschen wie... Was weißt du? Das fragt er sich bei mir auch. Von daher alles okay. So, ich habe gleich wieder Ulti. Oh, 27 Stacks. Gleich nach ihm hier. Wenn ich die Kröte kriege, 29. Ich muss ja nicht kriegen. Ich muss einfach nur... Assist. Mitte. Ich komme. Mitte, Mitte, Mitte. Glamon. Werden Sieger, der kommt in uns in die Arme gerannt. Das wird tödlich für uns. Da unten sind die... Sind alle am Drake? What the fuck? Ich habe keinen Smite. Alter Rasu am Arsch. Nur den Drake haben. Doch, den Drake auch. Lol. Und der hier rennt. Von hinten. Saruman. Du kannst nicht. Vorbei. Komm her, die sind. Komm, komm, komm. Ich habe halt nur keinen Mana. Ich habe nicht mal für einen Q. Du hast einen Q. Jetzt habe ich den. Jetzt bin ich weg. Erwähne dich, dass ich die War fertig... Die War. Und 3000 Gold. Geh, geh. Bro. Bro. Ja. Du auch vier Kids. Aber nicht so viele Assists wie du. Aber nicht so viele Assists wie du. Warte mal, was habe ich denn? Sieben. Oh, wow. Die zwei. Die zwei am Popo. So, so, Raka. Jetzt bist du tot. Oh, jetzt gehen die heben. Jetzt gehen die heben. Oh, oh. Alle top. Ja, die kommt von hinten. Die anderen. Das ist nice. Halt ihn auf. Halt ihn auf. Ich bin da. Ich kann die anderen beiden. Oh, lol. Die sind alle. Und go in, baby. Soraka, komm her, Schlampe. So. Der nächste. Ich will au. Genau. Unten ist eine Fünffach-Tötung. Ja, warte. Ich habe keinen Teleport nicht ab. Ey, guck. Jetzt habe ich so viele Assists wie du. Nicht mehr die Kills. Arschloch. So, komm her, Kalissa. Ich habe kein Ulti. Das schaffe ich nicht. Der geile Nick ist auch ein schöner Name. Ah, schade. Na, da renne ich jetzt mal nicht hinterher, weil... Oh, lol. Da wäre die noch gewesen. Schon mal Redbuff. Ey, wenn ihr das noch macht, ey, dann gehe ich. Ah, die kommen aber, ne? Nur so... Kasadin auch? Kasadin? Kasadin? Die sind Schweine. Oh, 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 ah, oh, 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 oh. encuentra... Oh, die Kräte? Mit so was sonst? verarscht komm zu mir, runter hier, oder warte, warte, warte komm hoch komm hier hin na, alles klar ich hol mir mal deren Blue Buff ähm, Jenna ja, die hat gedacht, ich komm wahrscheinlich ach, das stimmt die Schlappe ich musste erstmal alles von dem abfarben das ist, der ist nämlich jetzt schon mal sehr, sehr, sehr gut behind, jetzt hab ich auch die Klingen des gestützten Königs und noch mehr Speed so, alles klar dann, was hat dann Wolibear oh, sieben Kills und zu wenig Tankiness, das ist gut so, der ist tot, dann hol ich mir einen Blue Buff ich hab noch ich hab noch einen Crow Hunter, was ist los? hallo? ja du bist disconnected und bist wieder da alles klar mein Internet Cover hat sich gelockert so, wo li- ah, ich komme ich rieche Luft ich rieche Luft Alter Benta Luft, oder? he- ah aber nicht so he- ah Ohzenna See The main knapp Well, oh komm her, komm her, komm her, komm her Weg, 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 weg. Arschloch. Der Drake gleich, ja gleich, komm. Weg, 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 weg. Ich hab gleich Ulti wieder ready, aber ich müsste hier hinlocken. Baumst du her. Stein auf Kopf. Leugsier hat nach hinten gebürstet. Ach, die geben auf. Sieg des Tages wäre es, wenn ich ihn frei hätte. Wir haben gewonnen, der Fluch ist gebrochen. Noch ne Runde? 30 Minuten sogar. Ja. 30 Minuten exakt. Kann man mal machen. Oh Gott, Kalista. Gott, oh Gott, oh Gott. Hätte ich nicht gedacht, anfangs liefst du echt zu... Was? Ich hab den meisten Damage gemacht. Ja, genau. Wenn du reingehst. Ich mach ja nur diese Single-Tage. Zack, zack, tot. In der Heeren, zack, zack, tot. Du machst ja Stein. Du wirfst ja. Du bist ja Gamma-Gandalf. Ja, ich spring rein, mach meine Ulti fertig. Darauf Einzug aus Werkst giraffe. Tschüss. Tschüss. Tschüss.